Hallo Leute, willkommen zum neuen Vlog hier. Seit Corona der erste Vlog und wir melden uns hier aus Zwiedemünde. Drei Monate durften wir nicht ins Ausland reisen. War eine harte Zeit. Das ist unser erst der Trip jetzt. Wir haben gleich ein bisschen Regen abgekommen hier. Aber trotzdem an die 20 Grad. So, jetzt gibt es erstmal was zu essen. So, Nuggets am Start. Schatz, hier gibt es auch Nuggets. Und weiter geht's mit einem McChicken. Irgendwann später. So, weiter geht's. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Hotel. Polen hat übrigens seit sechs Tagen jetzt die Grenzen auf. Hier gilt wie auch in Deutschland Mundschutzpflicht in Geschäften und Restaurants. Aber irgendwie hält sich hier keiner dran. Hier sieht man kaum Menschen mit dem Mundschutz. Obwohl die Polen eigentlich hohe Strafen androhen. So, das ist unser Hotel. Da seht ihr's. Ich zeige euch mal unseren Room. Hier geht's rein. Hier habt ihr sozusagen das Wohnzimmer. Fernseher. Kautsch. Sessel und Tisse. Hier links habt ihr gleich ein Bad. Nur mit Toilette und Waschbecken. Weiter geht's. Wasserkoche. Kaffee und Tee. Wasserflasche. Wasserflasche am Start. Hier ist das Schlafzimmer. Bademittel haben wir bekommen. Mit Latschen. Und hier haben wir noch ein Bad. Das ist ein bisschen größer. Mit Dusche. Waschbecken. Riesenspiegel. Und Klo. Und Balkon haben wir auch noch. Da ist Schatzi. Das ist unsere Aussicht. Dritte Etage haben wir. Ganz hinten. Ganz hinten da seht ihr das. Das ist ein Blue Hotel. Da waren wir außen. Dreimal. Hinter im Wald da ist der Strand. Sind glaube ich 300 Meter noch. Von hier aus. Fernbedienung ist übrigens schön eingepackt jetzt. Corona-Shot hier. Schöne Folie. Sicherheit geht vor. Eine Minute 37 Sekunden später. So. Weiter geht's. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Beach. Bisschen am Strand schön. Gucken was da so abgeht. Ganz schön windig hier am Strand. Aber trotzdem sind wir wieder geil. Was hat sie vom Watt zum Wasser? Bis wir sehen bald. So, nächster Tag hier. Es gibt Frühstück. Schatzi hat ein Omelette. Hast du geschlafen? Gut. So, guten Appetit. Eine Ewigkeit später. So, jetzt sind wir in der Tiefgarage und es geht nach Hause. Damit beende ich den Vlog. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017